Keiner weiß es besser als der Weihnachtsmann, wie sich ein Wunsch doch ändern kann. Ein Junge will vom Weihnachtsmann am liebsten einen Hampelmann. Die Mädchen, anders als die Knaben, die möchten gern ein Püppchen haben. Wenn sie dann groß und aufgekehrt, ist das Verhältnis umgekehrt. Nun lass dich schön beschenken, ich werde an dich denken. 2, 10, 0